Hey Leute, der Corona-Tribe hat sich wieder was Neues überlegt und zwar spielen wir heute die Roberto Games. Ja, ihr habt richtig gehört, die Roberto Games. Das heißt, Miki, Okami und ich treffen uns alle in einer Map und verteilen uns. Wir spielen ein 1v1v1 und versuchen uns aufzubauen. Ziel des Spiels ist es, den gegnerischen Affen bzw. den gegnerischen Roberto zu claimen oder zu töten. Solange der Affe lebt, können alle noch sterben und respawnen so viel wie sie möchten. Ist Roberto erstmal weg, hat man nur noch ein Leben. Gewinner der Roberto Games ist der, der zum Schluss noch am Leben ist. Und damit wünsche ich euch viel Spaß zu den Roberto Games. Okay, in die Räume und auf geht's. In die Räume. Bis 20 Uhr also. In welchem Raum bin ich denn aktuell? Ich weiß gar nicht. Schmeißen mich raus, die Togo. Ja, ich muss euch beide raus. Okay, danke. Also, bis später. Bis später. Bis später. Glück, ihr fun. User was moved out of your channel. So, es geht wieder los, Boys. Es geht wieder los. Michi ist ja in der letzten Folge getiltet und hat seinen Affen dort liegen lassen. Seine Carbonemis. Ah, das ist die hier noch. Das war ja aus. Das heißt, das hat alles nicht geladen. Und ich zieh aus. Ich zieh um. Ich brauch nur noch ein bisschen Metall. Baue schon mal meine Foundation und alles auf. Ich nehme auf alle Fälle mein Stuff mit. Meine Cryopods und meine Tames. Dass Michi die schon mal nicht hat. Ganz wichtig, auch Zement. Warte mal ganz kurz. Zement brauche ich ja noch gar nicht rausnehmen. Ich bin, by the way, immer noch ein bisschen erkältet. Falls ich mich etwas anders anhöre. Foundation. Machen wir mal vier fürs Erste. So, Metall läuft durch. Das kann ich eigentlich ausmachen. Ah, hier ist noch Metall. Mega. Hier ist noch Metall. Okay, ich bin richtig slow. So. Wall. Ich mache nochmals drei. Soll ich mir dreimal drei machen? Das ist nur eine zweimal zwei. Foundations, wie viel kann ich noch machen? Nur noch zwei, dann habe ich kein Zement mehr. Nee, komm, dann mache ich Walls und baue dann später aus. Ähm. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich brauche noch mehr. Ich brauche Zement. Habe ich hier noch Zement drin? Ja, perfekt. Nehme ich Zement rein. Machen wir nochmal acht. Und Ceilings vier. Da kann ich nur noch eins machen. Was fehlt denn dann? Ich schätze mal Metall. Aber hier habe ich noch ein bisschen was drin. Dann eine Double Door. Double Door Frame. Und eine Double Door. So, dann reicht das gerade für alles. Das braucht 20 und das braucht 20. Ey, das reicht genau, ne? Packe ich mal alles ein hier. Und fliege mit dem nächst schnellsten Thame. Das ist nämlich mein Peter. Böp. Fliege mal los. Gehe mal ein bisschen auf Weight. Das ist wahrscheinlich nicht das Richtige, was man mit dem baut. Aber ich brauche ein bisschen Weight. Bin gerade am überlegen, ob ich gerade nur ein bisschen gegenüber fliege. So für das Erste. Wahrscheinlich wäre das gar nicht so bad, ne? Und ich glaube, ich baue mich so für das Erste hier hin. Ist zwar nur gerade gegenüber. Aber ich bin hier relativ versteckt. Und ich könnte ja dann im Nachhinein nochmal move'n. Ja, komm, mach mal so. Und dann entführe ich nämlich Mickies Affen. Als kleine Strafe. So. Walls. Hier noch eine. Die Tür mache ich hier nach drüben hin. Ich glaube, ich brauche noch eine Wall, ne? Yes. Egal. Die Ceilings mache ich schon mal drauf. Das kann ich ja dann im Nachhinein nochmal ändern. Und ich habe mir in die Kommentare geschickt bekommen, ich soll meine Resolution hochstellen. Und das habe ich jetzt gerade gemacht. Und das Game sieht anders krank aus, ne? Und es leckt tatsächlich nicht mehr so extrem. So. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich weiß nämlich nicht, was er gerade momentan macht. Warte, Mickies Leiche liegt hier. Sehe ich gerade. Oh, da hat das C4 hier drin. Alter, das habe ich ja noch gar nicht gesehen gehabt. Schöner Kotex. Ja, die Rüstung ist ja jetzt eh für den Arsch, ne? Aber holy. Hatte der hier Parachutes oder sowas? Bisschen Leder nehme ich noch. Ja. Ach, da ist der Affe. So. Sein Affen im Gepäck. Damit geht es jetzt zur neuen Base. Und da drin wird er versteckt. Der bekommt dann einen separaten Käfig mit allem drum und dran. Oh, das wird nice. Gebt euch mal, wie schön das Game eigentlich aussieht. Ich glaube, ich lasse die andere Base da. Ja, mitsamt Turrets und allem. Und tue das quasi nur hier als Zwischenbase lagern. Ich gucke, dass ich einen Fabricator dort noch baue. Ah, der ist so schnell. Ein Griffin ist so nice, ne? Übel nice. Schön hierher gleiten. Ich freue mich kurz den Drachen hier. Den American Dragon. Da war irgendwas Nices drin. Ich nehme mal die Klaue mit. Das Leder nehme ich mit. Geratin, Pfeile, ein bisschen Fleisch nehme ich auch noch mit. Und stopfe das dann in diesen hier rein. Dann tausche ich hier kurz aus. Die Falle steht. Oh, ich glaube, ich lasse dann die Tür offen. So aus Fun. Ich lasse die Tür offen, dass er dann denkt, er kann da rein. Dann ziehe ich aber die Turrets ab. Ich ziehe die Turrets ab und tue ihn quasi, dass er in die Base kann. Was lasse ich ihm drin? Gammelfleisch oder sowas. Ne, damit kann man nicht so viel anfangen. Irgendwas, Holz oder so, lasse ich in der Base drin. Und baue mich dann komplett hierher. Ich könnte hier rein theoretisch auch alles vollkleistern mit Turrets. Dass er hier erst recht nicht rankommt. Und hier alles voll mit Kleistern mit Horen. Ding, Beermoth-Dinger. Das könnte ich tatsächlich machen. Okay. Jetzt ist unter meiner Base das ganze Zeug. Kann ich das hier aufsammeln? Jo, perfekt. Dann liegt es auch nicht mehr hier. Das heißt, der hat mich jetzt so ein bisschen C4 bereichert. Gehen wir noch einmal auf Stem. Ich glaube, wir machen den die 1000 voll. Und dann tue ich jetzt nur noch alles rüber transportieren. Und lasse dann die Base dort stehen. Der will ja hierher kommen. Ja, der soll von Null anfangen. Der soll von Null anfangen. Strafe muss sein. Metall ist auch wieder ein bisschen durchgebrannt. Was nice ist. So, noch eine Wall. Foundations. Machen wir nochmal zwei. Einfach, dass sie daneben sind. So, Smithy. Smithy, Smithy. Was fehlt mir? Metall, Stein und Wood. Metall. Und nur noch ein paar Steine. Die habe ich hier drin. Oh, Spark Powder ist schön durchgecraftet. Sehe ich das jetzt. Mega nice. So, Smithy. Steht. Das nehme ich mal gleich alles rüber. Genauso wie dich. Kann ich hier einen Mörser bauen? Mortar. Steine fehlen. Ich hau mal kurz auf Steine. Ja, komm. Missbrauen wir das Metall hier. Mortar. Eins craften. Zwei craften. Dann habe ich schon mal das Grundzeug da. Aber das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber ich bin positiv bestimmt, dass er mich tragen kann. Peter. Schön nach oben fliegen. Jawohl. Schön. Jetzt wird geflitzt hier. Hier ist auch, also hier ist zwar kein Metallspot, aber ein nicer Spot an sich. Diesmal machen wir ein paar mehr Forges. Einfach, dass das Metall viel, viel schneller durchbrennt. Und die zwei Foundations platziere ich mal hier und hier. Das hier mache ich schon mal zu mit der Wall bitte ein. So, dann packe ich hier schon mal eine Smithy rein. Ja, okay. Kann man so lassen. Dann schmeiße ich mal hier Kristall, Side rein. Der Detonator kann hier schon mal rein. Platziere ich die Mörser hier. Kann ich hier gut ran. Machen wir mal ein bisschen Platz dazwischen. Komme ich gut ran. Jawohl. Ein Bett kann ich glaube ich wahrscheinlich im Inventar machen, oder? Was fehlt? Item Thatch. So, Bett. Drei Stück. Perfekt. Die platziere ich noch drin. Dann gucke ich, dass ich den Jenny irgendwie herkriege. Ich weiß nicht, ob ich den aufheben kann. Ehrlich gesagt bezweifle ich es. Wenn ich hier nach links ausweite, dann kann ich da mehr Zeug hinbauen. Aber bis jetzt, für das erste, lassen wir das zu. Ey, die baue ich nicht hier hin, glaube ich. Warte mal. Das hier kann ich nehmen. Und gleich in den Mörser packen. Machen wir hier das rein. Zusammen mit Charcoal. Jo. Hier machen wir das und Steine. Hier machen wir Spark Powder. Und gegebenenfalls Zement. Und hier kann man rein theoretisch nur das ganze Gammelfleisch reinpacken. Für Narcotics. Dann ist es so ein bisschen aufgeteilt, ne? Perlen. Hier habe ich noch mehr Flint. Ich glaube ich packe hier hinten. Falls ich in der PvP Situation komme und sterbe. Einfach hier hinten so ein paar Schlafsäcke. Wie funktioniert denn eigentlich die Attacke von dem? So. Okay. Einfach straight runterfliegen. Nice. Ich habe ihn. Wen habe ich hier detected? Da hinten läuft er. Den erschrecke ich jetzt. Wo ist er hin? Hm? Sein Roberto ist weg. Seine Leiche ist weg. Ich frage mich nur, wo der hingegangen ist. Jetzt aber dann schnell schauen. Das hier. Ne, Kabel kann ich nur demolischen. Kann nichts aufpicken. Schade. Nehmen wir das noch mit. Ganze Titin. Aber der beobachtet mich jetzt safe. Ich glaube ich droppe nochmal einen Vibrant. Und gucke ob ich den hier in der Nähe finde. Komm her, zeig dich. Der ist hier nicht, ne? Mal schauen ob er in die Richtung gegangen ist. Ich finde hier keinen. Na? Wo bist du hin? Ich habe ihn jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Schauen wir mal kurz nach. Ich habe sowieso einen Haufen Ressourcen. Und ich glaube nicht, dass er so auf die Schnelle da hochgekommen ist. Ich glaube, den skillt man auf Damage. Die wird doch noch nicht sein Roberto geholt haben, oder? Ne, der liegt noch hier. Hm, was fehlt denn hier für ein Fabricator? Kristall habe ich. Zement habe ich. Öl habe ich. Metall habe ich. Und Spark Powder habe ich. Machen wir das hier noch rein. Öl rein. Ich glaube nicht, dass er wieder irgendwas versucht. Aber ich baue jetzt glaube ich meine Base so auf, dass keiner rankommt. So wirklich. So, Metall rein. Fabricator. Steht. Und diesmal bin ich an dem Steinspot. So, Zement geht durch. Wasser ist bei mir so schwer. Der Umzug ist halt echt stressig. Nicht so wirklich stressig, aber es geht halt ein bisschen Zeit jetzt verloren. So, das ist leer. Der Fabricator ist leer. Das hier nehme ich mit Take All. Take All. Das wird wahrscheinlich dann zu... Oh, geht. Geht noch. Dann ist meine Base praktisch auf Null. Den Generator, den demolische ich. Und den Fabricator. Und den Rest lasse ich drin stehen. Ich hoffe, der weiß nicht, wo ich gerade baue, ne? So, mit dem ganzen Metall kann ich jetzt meine Base ein bisschen erweitern. Okay, ich dachte gerade, der wäre hier drin. Machen wir zuerst kurz die Walls und dann können wir den Rest machen. Dass schon mal der Fabricator reinpasst. Ich kann hier schon mal über den Fabricator abreißen, ne? Was habe ich noch schweres bei mir drin? Sollte ich vielleicht hier noch eine Kiste oder sowas hinmachen? Die kann mal hier hin. Die kann mal das Holz vorerst rein. Damit wäre mir schon sehr geholfen, wenn das hier weg ist, ja. Jo, bin ich nur halb so schwer. Weniger sogar. Kurz hochfliegen und dann wieder straight runter. Und ich hoffe, ich bekomme ein bisschen was an Metall von meinem Fabricator. Fabricator demolished. 17 Metall. Die kann ich auch demolischen kriegen. Bieten Metall. Die Turrets kann ich, glaube ich, ganz normal aufpicken. Hoffe ich zumindest. Das wäre echt unlucky, wenn es nicht funktionieren würde. Ich wäre so sad und mad zugleich, ohne Scheiß. So. Und Cementing Paste. Noch eine Wall. Zwei Walls noch. Zwei Walls, zwei Ceilings. Das heißt, ich kann das hier schon mal abreißen. Kriege ich nämlich auch ein bisschen Metall raus. Wall. Eins, zwei. Und zwei Ceilings. Braucht unbedingt zwei Ceilings, ne? Nehmen wir mal das hier raus. Demolish. Den Fabricator nehme ich. Ich platziere den hier hin. Und den tue ich auf Medium lassen. Und alles drum und dran. Ein 450er. Äh, 460er. Dann mache ich, was ich hier machen wollte. Und zwar... Wo kam ich so lost? Fangen wir hier noch kurz Stein. Ein bisschen los essen. Machen wir das kurz weg, dass ich mich wenigstens ein bisschen bewegen kann. Und dann benutze ich das hier als Farmbase. Machen wir kurz überall 100, dass hier schon mal was durchbrennt überall. Kann eigentlich, glaube ich, 300 tragen. Dann travelen wir halt immer hin und her. Ja. Es sollte aber dann auch okay sein, wenn wir hier die ganze Zeit hin und her travelen. Für unser Metall. Dafür ist es einen quasi Safe Spot, wo durch Turrets gesichert ist. Und that's actually nice. Nehmen wir ein bisschen Metall hier gleich mit. Und dann auch für mich. Für zu Hause. Ich bin halt jetzt umgezogen, ne? Da ist halt dann Lucky jetzt. Naja. Wir sind umgezogen. Ich habe zwar nicht viel geredet, weil ich etwas erkältet bin. Mal schauen, wie ich das schneide. Aber ich schätze mal, dass das schon irgendwie gehen wird. So. Ich brauche ganz, ganz schnell Ceilings. Die Öfen sind hier drin wahrscheinlich, oder? Jo. Einen platziere ich nochmal hier. Den packe ich voll mit Metall. Hier kommt... Den reiße ich dann später ab, wenn ich das erstmal habe. Und mache einen Generator dorthin. Brauche ich nur noch unbedingt einen einzigen Ceiling. Ich gehe mal zu den roten Drops. Und lasse solange noch ein bisschen Metall durchschmelzen. Ich glaube, der Griffin, das war das Beste zum Tame. Bin so schnell unterwegs. Und was ist drin? Basilosaurus und C4. Mantis-Sattel. Ah, ne. Gehen wir gleich zum Lila. Tja, das ist halt Karma. Cheatet, Leute, und euch wird dasselbe widerfahren. Damit kann man was Schönes anstellen. Boah, das war gerade smooth. Dann gehen wir schnell zum Roten noch. Ich weiß nur, dass ich jetzt diese Sniper habe. Hoffentlich sind auch ein paar... Okay. Südwest nie ohne Seil verwaschen. Noch eine Kantine. Mit Cluster-Grenade, die nehme ich. Die Windturbine, die nehme ich diesmal mit. Man hat mir das hier gesagt. Elektronik, Metall und Cementing-Paste. Nice, ich habe mein Ceiling fertig. Ab nach Hause. Ich gucke noch kurz, ob mein Metall durchge... Ne, ich gehe kurz nach Hause und mache zu. Ich glaube, das ist das Safeste gerade momentan. Einfach kurz nach Hause. Zumachen. Und da bin ich fürs erste Mal safe, weil in 5 Minuten ist Time. Und ich will wenigstens meine Base zu haben. Plus ein Tower obendrauf, einfach zum Abschrecken. Auch wenn ich keinen Generator habe momentan. Was ich aber, glaube ich, gleich machen könnte, ne? Ich glaube, ich könnte sogar nochmal einen Jenny machen. Das wäre übel sick. So, schnell rein. Ceiling. Perfekt, Alter. Besser kann es nicht laufen. Ceiling dran. Alles ist zu. Drei Kantins. Ein Wasserglas. Den Wasserglas brauche ich nicht. Der ist Schmutz. Was brauche ich für einen Generator? Generator. Metall. Wo reicht das, was ich an Metall da habe? Gasolin nehme ich mit. Ey, als ob Jenny steht. Cable. Straight Cable. Und du, für dich brauche ich Electronics und Wood. Das hier nehme ich. Ein bisschen Wood hier noch rein. Ey, ich habe einen Jenny drin. Mega nice. Der ist jetzt auch schnell gebaut. Hm, wo packe ich den hin am besten? Komm mit. Du kommst am besten. Ja, komm, bleib da. Scheißegal. Dich picke ich. Reiß ich ab. Jenny kommt da hin. Der guckt auch nicht raus. Kabel dran. Ding dran. Meine Turret soll dran. Und auf Only Survivors fürs Erste. Und dann hole ich mir noch ein Turret dort ab. Und du gleich ein bisschen Gasolin vom Generator abzwacken. Amo rein. Ah, ich muss hier noch Pin locken. So, solange Kami da noch brauche. Dann platziere ich das da hin. Und dann habe ich hier meine erste Geisel. Da brennen wir hier noch ein bisschen. Solange noch ein bisschen Amo durch. Das Poly nehme ich auch schon mal drüber. Genauso wie die Perlen. An sich das komplette Metall kann da rein. Die Kristalle. Das Zement. Die Electronics. Das kann alles rein. Dann habe ich noch ein bisschen Amo durchgebrannt. Dann quire ich kurz mein Vieh. Peter, komm rein. Da die Hälfte hin. So, 88. Zack. Und da bin ich vorerst mal ein bisschen sicher. Und dann schauen wir mal kurz, wie es bei den anderen Boys aussieht jetzt. Und dann schauen wir mal kurz, wie es bei den anderen Boys aussieht.